Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Schalkes Abstieg hat sich ja im letzten Jahr über mehrere Wochen bis Monate hinweg angedeutet. Am 20. April war es dann auch offiziell. Gegen Amina Bielefeld vor Leuerkönigsblau und damit waren dann auch die letzten Hoffnungen auf das größte Fußballwunder der Geschichte zunichte gemacht. Die Wut und die Enttäuschung über die Auftritte der Mannschaft entluden sich dann bei einigen Anhängern nach der Ankunft des Mannschaftsbusses direkt an der Feldins Arena, denn während einer Aussprache zwischen Mannschaft und Fans kam es dann zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Für mich als Schalke-Fan war das mit der schwersten Momente der gesamten Saison. Der Verein wird es niemals akzeptieren, wenn die körperliche Unversehrte seiner Spieler und Mitarbeiter gefährdet wird. Genau das ist in der Vergangenheit aber durch die Handlungen von Einzelpersonen geschehen. Hier ist dann eine Stellungnahme, die der Verein am Tag darauf veröffentlichte. Und hautnah mit dabei war ja auch Marc Uth, unser Ex-Spieler. Deutiger Angreifer, was der 1. FC Köln verwachte, nämlich die vergangene Saison auf Schalke. Er zielt in 20 Bundesligaspielen drei Tore. Es war kein schöner Abend. Man ist ja enttäuscht, wenn man absteigt und dann kommt man nach Hause und es warten 400 Hooligans auf einen und jagen einen über den Arena Campus. Erinnert sich Uth in der Klub-Eindokumentation 24-7 FC an die Tumulte zurück. Bei Marc Uth war ja auch unter anderem der Fall, dass er ja wirklich über das Feld oder über den Arena Ring gejagt wurde und an Uths Wagen wurde auch die Frontscheibe demoliert. Ja, die Tage danach waren sehr schwer, weil ich nicht gut schlafen konnte, weil ich immer wieder daran gedacht habe und immer einen Adrenalinschub hatte, als ich darüber nachgedacht habe. Das war wirklich nicht einfach. Gut, mittlerweile ist das sicherlich für viele abgehakt. Ich glaube auch, wir Schalke haben genug dazu gesagt und man muss ja nochmal gut zu Marc Uth sagen, er verbrachte ja bereits die Rückrunde in der Saison 19-20 in Köln und seit diesem Sommer steht er dann auch wieder bis 2023 komplett unter Vertrags- und unter Vertrag. Und er sagte nach dem Vertragsende auf Schalke, seien die Geißböcke, für die er ja bereits von 2007 oder von 2004 bis 2007 sowie von 2009 bis 2012 gespielt hat, die einzige Wahl gewesen. Ich wollte einfach nach Hause, weil ich diese Stadt liebe und gerne hier wohne. Deswegen gab es für mich keinen anderen Verein, betont Uth. Ich denke mal, Marc Uth ist froh, nicht mehr auf Schalke zu sein. Wir Schalker sind froh, dass wir alle unsere Spieler wie Marc Uth abgegeben haben. Und dann kann man auch die Geschichte über die Jagd sehen, sicherlich so langsam dann zu den Akten packen und hoffen, dass sowas nicht noch einmal passieren wird. Eure Meinungen zu Marc Uths Aussagen gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker! Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.